Das zählt jetzt im Moment gar nicht. Jetzt zählt es, diesen Slalom-Kurs anzugehen. Und sie kann es. Und sie will es. So, Gatte geschlossen. Maria Höfelrich ist gestartet und jetzt geht es um alles, jetzt geht es um eine Medaille und das weiß sie. Oh, nicht so weit hinten sitzen. Ja, sie attackiert. 23 Hundertstel war der Vorsprung von Niki Hoss. Bisschen verloren, 21 Hundertstel. Und wir dann in diesem Mittelteil ganz klein verfahren, auf dieses kleine Flachstückchen nicht zu direkt warten. Jetzt, hier, gut gelöst. Ja, und bisher gut. Was sagt die Zwischenzeit? 44 Hundertstel. Maria Höfelrich ist im Plan auf eine Medaille. Komm schon, geit auf die Hüte, bleibt auf die Hüte, muss drutschen. Die letzten 10 Tore. Jetzt noch die Vertikale. Gehen lassen, jetzt gehen lassen. Sie ist die Zielmitte, neue Bestzeit. Ja, yes. 2,34, 62, 50,9 Sekunden. Die zweitbeste Laufzeit, Maria. Weil Gott, was hat die für Nerven. Das ist unfachbar. Die sind dicker als die Drahtseite, die diese riesen Gondeln hier nach oben tragen. Das ist unglaublich. Das ist Shoaliert.